Ist Holoride nun pleite? Hey und willkommen bei der Krypto-Eule. Lange nichts mehr über Holoride gemacht. Es war auch in letzter Zeit eher ruhig rund um Holoride, aber sie waren weiterhin natürlich aktiv und haben versucht, ihr Produkt an den Mann zu bringen. Auch ihren Token Riot haben sie nun mittlerweile via Bridge zu der Affirm-Blockchain gebracht und auch da gibt es nun Möglichkeiten, diesen Token zu erwerben und nicht nur über die Multiverse-X-Blockchain. Aber es kamen in letzter Zeit sehr wenig Nachrichten und das verunsicherte viele Investoren. Denken wir an dieses Paket, was ich auch hinter mir habe, wo wir in diese Motorverse einsteigen können. Mit der VR-Brille im Auto, das ist schon etwas Revolutionäres und denken wir an die Zukunft mit selbstfahrenden Autos, wird das Ganze natürlich in Zukunft sehr spannend sein und könnte hier eine Zukunftstechnologie sein, aber sie sagen ja selber, das ist das Pioneers-Pack und Pioneering ist nicht einfach. Wenn man Vorreiter sein möchte, ist der Weg nicht immer einfach und sie hatten ja mit Audi hier einen starken Partner, das muss man einfach sagen. Und ich finde immer noch die Image-Videos, die können sie sehr gut, da hat jemand gut gearbeitet und auch wenn man den richtigen Leuten auf LinkedIn folgt, sieht man immer wieder, dass es die neuen Spiele, wir sehen hier, es sind ja neue Spiele mit dabei, dass die funktionieren und dass es da echt coole Videos dazu gibt und habe immer gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das etwas Großes wird. Ja, und viele haben dann gesagt, ja einfach nur spielen im Auto. Nein, es geht ja auch noch mehr, also wir sehen hier, du kannst hier Movies schauen, du kannst hier, ich glaube sogar Netflix mittlerweile verbinden, auf jeden Fall kannst du hier mit dieser VR-Brille im Auto unterwegs sein und hier während der Autofahrt, ihr seht es hier, zocken und auch Filme schauen. Das ist meiner Meinung nach sehr cool. Ihr wisst, ich habe das Paket ja auch hinter mir und habe das ja auch schon ausprobiert. Dazu haben wir auch schon einige Videos gemacht, dazu findet ihr hier noch eine Holowide-Playlist. Ja, und nun ist es etwas komisch, weil viele gesagt haben, was macht denn der Holowide-Token da? Ja, wir sehen ganz klar, er fällt und fällt und fällt und das ist natürlich nicht schön zu beobachten an dieser Stelle. Viele haben noch gedacht, als hier der Aufschwung kam, Mitte Oktober im letzten Jahr, haben viele gesagt, jetzt läuft der Lachs, jetzt rennt das ganze Ding hier immer weiter hoch. Ja, und leider ist daraus nicht mehr viel geworden, aber wie gesagt, wenn man auch nicht viel postet, der letzte Post ist schon ein paar Tage her und keine großen Neuankündigungen. Das letzte Interessante war das Burnen Ende März, wo viele gesagt haben, ja, ein paar Token werden geburned, aber auch das hatte keinen großen Effekt. Ja, und was ist nun passiert, was steht nun an? Wir haben Informationen, beziehungsweise die haben sie selber geteilt. Erstmal schauen wir auf Nils Wollnitz, dem CEO, das Profil, da sehen wir auch, dass er schon lange nichts mehr gepostet hat, seit fünf Monaten hat er hier das letzte Mal etwas gepostet, wo viele sagten, wenn es ruhig um den CEO wird, dann ist es eigentlich immer ein Zeichen, dass es hier nicht gut ist. Ja, und jetzt kamen Nachrichten, die das Ganze bestätigen, dass hier etwas im Argen liegt und sie waren ja auch nicht mehr so aktiv auf Events. Vielleicht waren das Sparmaßnahmen, das waren so Gerüchte, die hier rund gingen und leider scheint es auch der Anschein zu sein, dass das sich bewahrheitet. Und zwar habe ich in unserer Krypto-Eule-Telegram-Gruppe geschrieben, wenn du da noch nicht bist, ist der erste Link hier in der Videobeschreibung, komm da gerne rein, sieh es kostenlos, einfach reinjoin und du bist bei unserer kostenlosen, freien Community mit dabei. Ich habe das schnell in den Übersetzer gehauen, also falls hier etwas nicht korrekt geschrieben ist, nicht wundern. Die Holowright GmbH München, Deutschland, befindet sich derzeit in einem vorläufigen Insolvenzverfahren. Dieses Verfahren schützt und ermöglicht die Fortführung des Geschäftsbetriebs von Holowright und zielt darauf ab, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Holowright-Technologie sicherzustellen. Die Holowright AG, Vaduz Fürstentum Lichtenstein, die Emittenten unseres Y-Tokens, ist von diesem Verfahren nicht betroffen. Gemeinsam mit Holowright-Partnern und Investoren arbeitet das Team derzeit an einer umfassenden Neupositionierung. Und das war eine Nachricht, wo viele gesagt haben, das war's, alles klar, ich gehe raus. Und das sehen wir auch hier, diese roten Kerzen sind in den letzten Stunden entstanden, das sehen wir hier ganz klar deutlich. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da steht ja klipp und klar drin, vorläufiges Insolvenzverfahren. Und das ist nur der Schritt, um zu sagen, wir melden es schon mal an, falls wirklich der Tag kommen könnte, wo das Ganze hier zu einem Insolvenzfall wird. Und das ist eine Sicherheitsmaßnahme. Aber das Team hat versichert, es geht hier weiter. Und das ist eigentlich das Positive an der Sache, dass es hier weitergehen muss und gehen wird. Auch ehemalige Mitarbeiter haben sich hier geäußert. Ich kenne das Team, es sind super Leute, wir arbeiten hier mit Hochdruck dran. Der Y-Token, der spiegelt natürlich das wieder, was jetzt die News erstmal sagt, dass es erstmal gerade nicht gut aussieht. Aber schauen wir weiter. Und zwar Nils Wollny hat einen längeren Text dazu geschrieben und hat das hier gesagt. Ich verstehe Ihren Schock und Ihre negativen Gefühle. Diese Entwicklung hat uns auch überrascht. Unser Hauptinvestor hat uns kurz vorm Abschluss unserer Finanzierungsrunde im Stich gelassen. Wir haben ein Termsheet unterzeichnet und die Verträge abschließen lassen. Aber die Mittel kamen nicht rechtzeitig an. Da die bestehenden Gesellschafter keine Überbrückung konnten, mussten wir kurzfristig einen Insolvenzantrag stellen. Wir waren in den letzten Tagen sehr komplexen Formalitäten und Prozessen konfrontiert. Daher konnten wir der Kommunikation mit unserer Riot-Community keine Priorität einräumen. Zur Sachverhaltsaufklärung. Unser deutsches Unternehmen befindet sich in einem vorläufigen Insolvenzverfahren. Ziel des Verfahrens ist der Schutz und die Fortführung des Geschäftsbetriebs, die Holowide AG. Die Emittenten unseres Riot-Tokens ist von diesem Verfahren nicht betroffen und hat keinen Insolvenzantrag gestellt. Gemeinsam mit unseren Partnern und Investoren arbeiten wir an einer ganzheitlichen Lösung, um die Reise von Holowide fortzuführen. Trotz aller Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, bietet dieser Prozess auch viele neue Chancen. Mein Team und ich engagieren uns für Holowide und Riot und wir werden weiterhin auf ihren Erfolg drängen. Wir werden sicherstellen, dass wir so schnell wie möglich weitere Updates veröffentlichen. Das Ganze in den Übersetzer gehauen und hier ganz klar, das Insolvenzverfahren geht dann vielleicht eventuell durch, weiß man nicht, aber man hofft das natürlich nicht. Dann hat das nichts mit dem Token zu tun und der bleibt dann weiterhin ein Spekulationsobjekt. Also das Ganze ist hier erstmal, ja, nicht schön zu hören, aber dann doch wieder positiv, dass man klipp und klar sagt, wir wollen weitermachen und das Ganze ist nicht so, dass wir sagen, ja, wir hoffen, dass der Insolvenzvertrag durchgeht, dann sind wir endlich in der Insolvenz. Das Thema ist vorbei, wir können alles abwickeln. Die Mitarbeiter kriegen noch ihr Gehalt bis zum Ende, soweit wie es geht und dann ist das Ding vorbei. Nein, man sagt hier klipp und klar, wir wollen weitermachen und wir wollen hier auch weitere Wege gehen. Nils Wonny hatte dann heute geschrieben, also heute Vormittag hatte er dann geschrieben, we are working on a new strategy with new investors. Und das ist doch schon positiv, wenn man sagt, wir haben hier neue Investoren und wir arbeiten an einer neuen Strategie. Und das Ganze ist sehr wichtig, um hier natürlich zu sagen, wir machen weiter und das Ganze geht weiter. Dass der Token jetzt zum ersten Mal unter die Räder gekommen ist, ist natürlich verständlich, weil wir müssen ehrlich sein, dass so ein Token auf so etwas reagiert, solche schlechten Nachrichten, ist absolut verständlich. Ein kleiner Lichtblick muss man hier wirklich sagen, wir sind ja immer noch über den Public Sale Preis. Der war ja bei 2 Cent und wenn wir uns ja zurückerinnern, diese 2 Cent, die hatten wir ja mal unterschritten. Das war ja hier im Oktober letzten Jahres, da sind wir sogar unter die 2 Cent beziehungsweise unter 1 Cent gekommen und viele Leute haben das hier genutzt und haben dann hier in diesem Bereich ihre Einkaufsmöglichkeiten genutzt und dann hat der Token ja nochmal richtig Aufschwung gekommen, auch mit der Affirm Bridge, also mit dem Rüberbridgen zum Affirm Netzwerk. Und da kamen auch noch einige Investoren, weil natürlich weiterhin Ride, das was sie vorhaben, also Holowide, was sie vorhaben, ihr Projekt, ihre Vision, natürlich mega interessant ist. Stellen wir uns vor, die Teslas, die fahren alle selbstständig oder du setzt dich in ein Taxi und könntest hinten ein bisschen zocken und bei diesem Zocken könntest du noch NFTs gewinnen, weil du gerade irgendwo unterwegs bist, wo du noch nicht warst, via GPS oder du kannst dann einfach Ride-Token fahren, die du dann wieder verkaufen kannst und könntest hier deine Taxifahrtkosten minimieren. Also das sind alles positive Sachen und wir wissen auch, das hat Nils Wollny in einem Community AMA of X gesagt, dass sie hier auch zusammen schon mit großen Busunternehmen arbeiten und auch zum Teil schon mit Uber-Fahrern getestet haben. Also das Ganze ist sehr, sehr interessant weiterhin. Aktuell sieht es dann vielleicht nicht so gut aus, aber ich kenne auch einige Leute aus diesem Team und ich persönlich kann nur sagen, ich kann mir vorstellen, dass es weitergeht. Für alle Leute, die natürlich hier investiert sind und gerade diese rote Kerze nach unten sehen, die sagen alle, das ist nicht schön zu sehen und das verunsichert mich und deswegen gehen viele raus, was ich leider verstehen kann, aber ich glaube hier weiterhin an das Projekt und ich werde meine Ride-Token halten. Das kann ich an dieser Stelle sagen und das bleibt auch so. Vielleicht ist es hier eine große Chance, um zu sagen, wenn ich hier jetzt einsteige oder mir das Projekt weiter anschaue, um hier vielleicht die Nachricht von Nils Wollny oder jemand anderen aus der Holoride-Telegram-Gruppe, die ist öffentlich, da kann jeder reinjoin, da einfach reingehen und dann den Chat beobachten. Vielleicht kommt ja da relativ schnell jetzt eine positive Nachricht und der Chart, der dreht sich und vielleicht war es hier dann hier eine sehr gute Einkaufsmöglichkeit. Auch die Holoride-NFTs sind im Preis etwas gefallen, also auch das eine Chance, nicht nur hier der Ride-Token selber, sondern auch die Holoride- bzw. Cloud-Breaker-NFTs. Wenn du jetzt Holoride kaufen möchtest, schau dir doch mal Maxi an. Maxi hat mal wieder ihre Gebührenstruktur geändert und sind wieder günstiger geworden. Sie sind aktuell sehr günstig und auch mit 1000 MX, ihrem börseneigenen Token, hast du hier gar keine Gebühren. Und für alle Gebühren, die anfallen, gibt es mit dem Link im angebliebenen Kommentar 10% Cashback bei der Anmeldung und das ein Leben lang. Hier kannst du auch zum Beispiel den Ride-Token kaufen, wenn du sagst, das ist eine Möglichkeit, um jetzt hier einzusteigen, aber auch ganz viele andere Kryptowellen, die hier gelistet sind. Sie haben am zweitmeisten gelistete Kryptowährungen von allen Kryptobörsen und sind sehr zuverlässig. Auch die deutsche Dach-Telegram-Community von Maxi ist sehr aktiv und dort gibt es immer wieder Giveaways. Neben Spot-Trading kannst du natürlich Future-Trading betreiben. Hier gibt es ganz viele Angebote, zum Beispiel die M-Days, die es hier jeden Tag gibt mit 87.000 Dollar Preisgeld. Jeden Tag. Das muss man wirklich sagen, vergangenen Events bzw. die noch kommen. Jeden Tag. 87.000 Dollar Bonus fürs Future-Trading. Dann gibt es die Learn-Aktionen und wir sehen hier, Demo-Trading ist mit dabei, Copy-Trading ist mit dabei, wir haben Launchpads, wir haben Kickstarter, wo jeden Tag neue Projekte gedroppt werden, die man hier gratis mitbekommen kann, wenn man 1000 MX, also den Börseneigenen Token hält. Ein Video zu Maxi findest du hier oben und wenn du dich registrieren möchtest, wie gesagt, im angepinnten Kommentar gibt es 10% Cashback. Jetzt sieht es vielleicht im ersten Moment bei Holoride nicht so positiv aus, aber wie gesagt, den Lichtblick habe ich ja schon gegeben. Der Tipp nochmal, die Holoride Telegram-Gruppe, den Link packe ich auch in die Videobeschreibung, dann könnt ihr einfach reinjoinen, ist kostenlos und da könnt ihr den Chat beobachten, wenn hier etwas Positives passiert. Das hier natürlich aufgrund von solchen Strukturierungen bzw. Anträgen, die ja natürlich nicht jeder mal alltäglich ausfüllt, die man hier dann, ja, bearbeiten muss und natürlich dann auch absenden muss, frissgerecht, dann ist natürlich klar, dass hier wirklich wenig Zeit da ist, weil man sich durch solche Sachen durchfressen muss bzw. hier natürlich sehr aktiv sein muss, um hier ganz klar das ganze Thema abzuschließen und zu diesem Insolvenzverfahren bringen kann. Aber wie gesagt, es sieht recht positiv aus, da sie ja neue Investoren haben, sie haben immer wieder Interessenten gehabt und mussten denen absagen, da sie ja schon Investoren haben, unter anderem ja Audi und Porsche zum Beispiel. Also sehen wir hier, dass eigentlich ja eine gute Struktur da ist. Die Frage ist nur, wie geht es weiter? Macht man erstmal in Ruhe mit den Paketen weiter und versucht die an den Mann zu bringen oder bekommt man hier neues Geld für rasante, schnelle Entwicklungen? Eins muss man festhalten, Riot hat noch keinen Bullrun erlebt, da sie erst Ende 2022 nach dem letzten Bullrun 2021 gelauncht sind und wir wissen hier, der Launch, der war echt krass. Also sie sind hier richtig hoch gestartet, denken wir auch an das Thema Maya Exchange, was ja Probleme gab, aber auch nach diesem Problem mit der Maya Exchange ist das Ganze nochmal hochgerannt auf 1 Dollar und 88 Cent. Da muss man wirklich sagen, es ist Interesse da gewesen. Ja und viele Leute haben dann halt kein Interesse weiter gehabt, aber man muss ehrlich sein, es war halt auch Bärenmarkt und in diesem Bärenmarkt sind viele Projekte unter die Räder gekommen. Man hat es sich natürlich anders gewünscht, aber wir wissen auch, das hat Nils Wollner gesagt, Pioneering, also Forschreiter sein, Vorreiter, also Vorgeher sein, das ist natürlich immer etwas sehr schwieriges und das sehen wir hier, dass es immer wieder schwierig ist. Spannend wird es natürlich, wenn Holowite sich jetzt berappeln könnte, man sagt, wir haben neues Geld gesammelt, wir können mehr entwickeln, wir können neue Partner mit an Bord holen oder wir können vielleicht auch die ersten Taxifahrer, Busse und sonst was hier ausstatten, dann könnte das Ganze natürlich extrem spannend werden, wenn es dann die ersten großen Anwendungsfälle gibt und vielleicht auch für den Riot Token hier Anwendungsfälle, denken wir an das Interview mit Nils Wollny, der immer gesagt hat, vielleicht würde Riot ein Mobilitätsbezahl-Token, das heißt also, du steigst in einen Bus ein, hältst deine X-Portal-Wallet oder mittlerweile Metamask, da ist ja auch für Firmen mittlerweile auch läuft, der Riot Token, hältst dann einfach zum Bezahlen dran, via NFC oder Transaktionen auf der Blockchain und dann kannst du ganz einfach mit Riot Token eine Busfahrt, eine Uber-Fahrt oder eine Taxifahrt genießen. Das wäre natürlich ein großer Traum und ein echt extremer Use Case für den Riot Token neben dem Holowrite-Ökosystem. Wenn man nämlich sein Abo, was man hier abschließen muss, um das Ganze hier ein Jahr lang zu benutzen, das Ganze auch dann in Riot Token bezahlen kann, ist auch ein Use Case, der dann vielleicht erst mal nur speziell für die Leute ist, die dieses Paket haben beziehungsweise Holowrite in ihrem Fahrzeug nutzen, aber unterm Strich ist es ein Use Case. Stellen wir uns vor, du hast dein Hardware-Wallet immer mit dabei und könntest dann zum Beispiel diesen Riot-Mobilitätstoken benutzen. Das könnte mit Tangem funktionieren, wenn man hier zum Beispiel Tangem Pay einfügt, was ja nächstes Jahr kommen soll und dann hier zum Beispiel via Blockchain-Transaktionen bezahlen kann. Wenn du Tangem, das einfache Hardware-Wallet, kaufen möchtest, nutzt doch den Code CryptoEule, da gibt es 10% Rabatt oder nutzt den Link im angepinnten Kommentar. Sie haben gleichzeitig die Pizzaday-Wallet, aktuell eine ganz normale Tangem mit diesem coolen Design, das schon sehr viele Leute gekauft haben. Auch die Casper-Wallet ist immer noch verfügbar, kann man hier immer noch gerne kaufen. Ich finde ein sehr cooles Design, meine ist schon unterwegs zu mir. Gleichzeitig gibt es Holowrite, seitdem sie auf der Firm-Blockchain sind, hier natürlich auch auf der Tangem-Karte mittlerweile. Leider wird die Multiverse-X-Blockchain hier nicht unterstützt, aber immerhin dadurch, dass es auch für Firmen ist. Und wenn du wissen möchtest, welche Token hier bei Tangem gelistet sind, schau doch einfach auf der Homepage, da findest du diese Anzeige, wo du einfach jeden Token eingeben musst. Und ich habe jetzt nur einfach B eingegeben, alles was er mit B findet, sehen wir hier. Und auch weitere, die kann man hier ganz einfach suchen, finden, ob sie bei Tangem integriert sind. Tangem, einfaches, sicheres Hardware-Wallet. Hier, egal ob ein 3er-Set oder ein 2er-Set, mit dem Code CryptoEule gibt es 10% Rabatt, auch bei den Custom-Karten. Zum Abschluss bleibt mir eigentlich nur eine Frage zu stellen, und zwar, was denkt ihr denn über dieses ganze Thema? Wird es hier weitergehen, werden sie neue Investoren finden? Ich finde immer noch die Technologie, die Partner und die ganzen Leute, die sie so an der Hand haben, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, die positive Nachrichten zu diesem Thema geäußert haben, haben hier definitiv gesagt, dass das Ganze eigentlich eine super Technologie ist und eine super Sache für die Zukunft. Die Frage ist nur, wie geht es weiter? Welche neuen Investoren sind da und wie viel Geld können sie hier einsammeln, um natürlich auch weiterzumachen, um am Ende natürlich auch profitabel zu sein und den Riot-Token aus dieser Krise rauszuholen? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Was denkt ihr? Kann sich hier Holoride brappeln und ist jetzt vielleicht diese Möglichkeit für euch eine Möglichkeit zu sagen, pass auf, ich leg mal ein paar Euro hier in den Riot-Token? Dazu nutzt natürlich gerne die Börsen, zum Beispiel CoinEx oder Maxi, habe ich euch hier in dem Video ja gezeigt, sonst findet ihr natürlich weitere Videos zu den Börsen hier auf dem Kanal. Ich kann euch nur den Tipp geben, schaut weiter auf die Holoride-Telegram-Gruppe, da könnt ihr ganz einfach rein joinen, es sind 11.751 Mitglieder hier in dieser Holoride-Gruppe und die ist extrem aktiv, da wird fleißig geschrieben. Ich kann mir vorstellen, dass das Ganze weitergeht, aber die Frage ist halt, welche Investoren werden hier gefunden, wie strategisch können sie das ganze Projekt unterstützen und wie viel Geld kann hier gesammelt werden, um natürlich auch die bestimmten Dinge voranzutreiben. Egal ob ein Spiel, egal ob nur Paketverkauf oder die ersten Anwendungen mit den ersten Partnern wie Taxi, Busse und so weiter, was ich alles schon hier in diesem Video gesagt habe, das wird sehr interessant zu sehen sein, was dann am Ende des Tages passiert und welcher Investor hier in Zukunft mit dabei ist. Gerne eure Meinung in die Kommentare, denkt an unsere kostenlose Telegram-Gruppe und ich sage vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.